Hallo und herzlich willkommen zu Prototype 2. Ich bin's wieder, der Lund1986 und alles klar, gut. Wir begeben uns heute zum Krankenhausparkplatz, um von da aus unsere große Jagd zu beginnen. Ich bin ja mal gespannt, wie unsere Jagd ablaufen wird. Sie können ihre Jagdverhältigkeit einsetzen, um zum Ziel über größere Distanz zu verfolgen. Das ist mein Werk besser, wenn ich dich ein bisschen weiter sehen kann. Äh, vollkommen normal. Wenn Sie beim Jagen die Kamera in verschiedene Richtungen bringen, können Sie ausmachen, wo sich Ihr Ziel befindet. Ja, schön, dass die Kamera aber gesperrt ist. Beachten Sie, dass der Rückenpuls von rechts kommt. Gehen wir doch einfach davon aus, dass da vorne, äh, hinten, auf der kaputten Drücke, ähm, unser Zielpunkt ist. Denn so sah das ganze Raum gerade aus. So, ich will gleiten, 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 das kennen wir ja schon. Äh, wer von euch ist mein Ziel? Wer? Ah, du da hinten, alles klar. Oh, Upsa. Ähm, nicht sterben. Ich brauch dich noch. Zumindest eine Erinnerung. Körner ist für ein Rudowig. Er denkt, Körner Rooks ist nur ein Pürokrat. LLT, ich weiß noch besser, dass ich das selbst. Mein eigenes Squad Leader wurde krank, wenn ich eine Nacht mit der Körner kämpfe. Er ist in der Krankenkasse, als ich gehört habe. Er hat durch den Körnern. Körner, er war in der Körnern, wie du bist. Showen uns ein fucking Respekt. Körnl Rooks, das ist das Bucker, der mich verletzt hat in der Lab. Na ja, schauen wir, ob ich ihn finden kann. Ich glaube nicht, ich habe noch keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Oh, Scheiße. Das muss doch sein. Ich meine, ihr könnt es auch sein lassen, mich immer wieder anzugreifen. Trinkt euch eh nichts, nur Verluste. Äh, wie gerne würde ich jetzt in eins der Autos einsteigen können? Um hier lang zu gucken, weil das sieht so verdammt eblich aus. Wir haben eine neue Mission freigeschaltet. Operation Flight Trap. Äh... Mit Black Box? What the fuck? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Darf ich, darf ich, darf ich? Darf ich dich schon fliegen? Bitte, bitte, bitte sag ja! Bitte sag ja! Flieg mich! Warum nicht? Oh man! Ja, hallo. Na, was up? Wünscht ihr mich fliegen? Hallo, ich möchte geflogen werden. Äh... Was zum geil war das denn? Ah! 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 Alles klar! Wir können uns ein paar EP, äh, wieder mal nebenbei besorgen. Äh, jup, wechseln. Zack, kann man schon wieder Ruhe. Schicht im Schar. Ich weiß nicht... Na gut, wir bewegen uns jetzt zum G hin. Zum G-Punkt! Wir gehen zum G! Oh, wie schlecht ist das denn bitte? Äh... Welcher Übersetzer hat sich das denn bitte schön ausgedacht? Wir gehen zum G-Punkt. Ja, geile Axt, ey. Na genial! Auf zum G-Punkt! Ja, Männer. Hier findet ihr den G-Punkt. In diesem Spiel. Ist das nicht toll? Ist das nicht herrlich? Ach, wundervoll. Irgendwo da hinten bei Hitcarla. Ja, da um die Ecke. Bei den G-Tec-Laboratoren. Laboratoren würde ich mal so spontan bauen. So, was ist, wenn ich jetzt hier... Ach, Schnauze. Lecker, lecker. Nom, nom, nom. Operation Flightrap. Pater Guerra hat Mercers Geschichte bestätigt. Die Blackforge und G-Tec richten mehr Schaden an, als dass sie helfen. Was? Das ist Colonel Rooks. Er ist derjenige, der mich in diesem Lab zu töten. Ach, James. Colonel Rooks ist der Head Blackwatch Commander in NYZ. Das ist viel größer als wir. Lassen Sie diese Blackwatch-Message. Ich habe gerade unterhalten. Cottonmouth 4-1. Das ist Cottonmouth. Wir gehen zum Test-Site, Washington. Prepare für eine Kontrolle. Over. Du hörst das, James? Es sind die Speziener. Es sind die Monster. Und die Test-Sites sind die Stadt. Das ist das die Blackwatch-Massage in der Yellow-Zone. Du kannst sie nicht aufhörern. Vater, ich werde sie aufhörern. Und ich werde Rooks finden. Mit oder ohne deine Hilfe. Begeben Sie sich zur Destanlage Washington, um die Freileistung des Blackwatches extrem klare Aufzuhalten. Alles klar. Und what the fuck? Wie geil ist das denn? Die haben noch Wetter mit reingebracht. Das macht das gleich doppelt interessant und doppelt cool. Weil, jetzt muss ich erstmal... Kein Alarm. Ich habe ein Armee-Auto auf meinen Händen. Kein Alarm. Äh, ist klar. Äh, ist klar. Egal, egal. Danger, danger. High voltage. Ähm, solche Fehler lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Red Crown, this is Release Team Alpha-1-1 Actual. Teams Alpha, Beta, and Gamma moving into position. I'll copy. Alpha-1-1. Interrogative. Are the Suppression Teams in position? All checks completed, Cottonmouth. We are ready for the Release Teams to commence. Prepare for silent operation. Prepare teams in place. Copy that. Operation Flytrap is approved. Roger that, Red Crown. Was für riese Bastarde sind das denn, ey? Ja, nee, ist klar. Äh. Ja. Hihihihi. 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 Wie cool ist das denn mit dem Ausweichen? Hallo, hier bin ich. Na, komm her. Oh. Na, yeah. Haha. Das mit dem Ausweichen ist extrem cool gemacht. I like it. I like it. Das ver- Ey. Aua. Das hat weh getan. Haha. Du triffst mich nie. Au. Verdammt. Na gut. Vielleicht doch. Aber nur weil ich's zulasse. Könntest du jetzt mal auf- Oh. Oh. Oh, mein Gott, der ist weg. Das Specilement ist weg! september Uh, genau. Reißen wir. Uh, 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 uh. Yeah! Endlich beginnt der Spaß. llama Hahahaha Mhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. das ist es. Wo ist der Brawler? Wo ist der Brawler? Gib mir den Brawler. Äh, up. Ey, ich hab Leer-Taste angetippt. Was ist die Special Attack? Uh, nice. Willst du hin, ne mal. Springen nicht 75 Kilometer drüber. Uh, ausweichen. Ah, ha, ha. Ist das nicht schön? Aua, ey, ey, ey. Ganz wie kleiner Kleid. Ganz, ganz Liebklinger. Probeige. Grüß auch nur ein Kleid. Probeige. Kommt, lass nicht. Nimm, 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 nimm. Nur eine Fleischwinde. Ha, ha, ha. Bonus für den Clown Sprung. Eingriff aus. Wenn sie Bonusziel abschließend halten sie EP. Kreft sie Blackshot-Sodaten an, drücken sie R und halten sie links für einen Clown Sprung. Wie, hi. Wie, hi. Äh, dich. Zack. Dich. Zack. Das waren sie alle? Oh, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Alle Blackwatch. Äh. Ha, ha. Ich mag es, ich mag es. Oh, ey, ey. Nicht weg hier. Nicht weg springen. Boah, wie genial ist das? Ha, ha, ha. Äh, werfe ihn mal bitte. Weil ich möchte nämlich genau das machen. Auch wenn ich es glaube ich nicht mehr brauche, aber ich finde es trotzdem geil. Oh, ey, aua. What the f- Glückhaft. Woohoohoo. Wee. Ja. Ah, schöne Sache ist das. Schöne Sache. Pst, der ist hier wohl weggefüllen. Okay, Clowns sind gegen Transporter nicht ganz so sinnvoll, da muss ich dir sogar recht geben. Äh, nein. Ich hätte gern dich. Nam, 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 nam. Ähm. Wer hätte denn hier mal bitte nochmal so einen kleinen, schönen... Da haben wir doch einen. Das ist schon fast zu einfach. Okay. Gehen sie zur Kirche, um Guerra von der Zusammenarbeit zu überzeugen. Wie kann ich denn jetzt... Ah. Genauso wie früher. Nimm doch nicht die Scheiße. Ne. Lass doch mal die... Für jetzt. Komm her. Ne. Ich will ein bisschen... Ein bisschen geschnitzen. Also ein bisschen geschnitzen darf jetzt jetzt hier dann doch mal sein, ne? What the fuck? Bis wohin fliege ich denn? Das war's? Jetzt sagen wir bitte nicht, ich darf keine Körper trennen, weil ich die deutsche Version habe. Oh, wie lame. Wie lame. Die bleiben ja ganz. Boah, ist das... Nö. Das ist ja echt richtig langweilig. Das ist ja mehr als langweilig. Das ist ja schon... Welcher Vollhorst hat sich das denn bitte wieder ausgedacht? Ups. Ach. Ups. Ich fand seine Position eben gerade cool. Wie ich ihn abgelegt habe. Wollen wir jetzt nochmal hin mit irgendeinem? Dim 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 dim. Dim dim dim. Nein. Schmeißt er nicht so weit, Mensch. Ja, in die Richtung. What the fuck. Er hat einfach zu viel Kraft. Hm. Zumindest funktioniert das noch relativ gut. Gibt es für die Steam-Version einen Patch, damit ich das mir auf Englisch umstellen kann oder so? Damit ich, äh... Weil ohne Geschnetzeltes war, dass er doch eher weniger alles warst. Ich meine, das Ambiente und Urso rumherum ist schon ziemlich nice, aber, ähm... Ja... Oh, wir hätten sogar mehrere Möglichkeiten, cool. Ähm... Ohne Schnitzel, 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 macht das so, dass... Jaenz, hast du nach dem Park? Ja. Ja. Und, und... hast du aufhörst? Nein, ich verhörst die Leute aus ihnen. Vater, bist du okay? Follow me. Wir haben viel zu tun. Es gibt 10,000 Blackwatch-Troops in NYZ. Und wer weiß, was Gentech macht in diesen Laboratorien? Wir müssen sie runter. Also, du glaubst ihn? Ich weiß nicht, aber ich kann dir das, James. Wenn Alex Mercer will, dass alle letzten von diesen Blackwatch-Troops und Gentech-Troops... ...dann ich mit ihm. Was ist Gott? Er ist okay mit dem? Du lässt mich ihn annehmen. Mission abgeschlossen. Hella ist aufgestiegen. Wohoo! Evolutionsstufe 2. Ähm, bedeutet jetzt was genau? Ah. Aha, wir haben Verbesserungspunkte. Wir können unser Springtempo um 10% erhöht, unsere Sprunghöhe um 50%. Wir können Gesundheit steigern. Wir können unsere Regenerationskarte. Aha. Verdacht klingt 50% schneller ab. Nein, 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 nein His location will be top secret. But back in the day we used to break into Blacknet terminals and steal that kind of information. The terminals are those satellite trucks you may have seen around. Didn't know you were such a rebel. What exactly did you do before you were a priest? Let's just say I've had a lot of tattoos removed. Enough said. Äh, zum Black- äh, zum Black- Boah, Watch-Terminal. I know. Oh, hi. Okay, ähm, na, an der Stelle sehen wir uns bald wieder, aber in der nächsten Folge von Prototype 2. Ich bin der Lotton86, bis dann.